Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Prince of Persia. Wir haben alles erledigt. Jetzt müssen wir zum Tempel zurück. Warum kann ich mich nicht hier teleportieren? Das finde ich ein bisschen scheiße. Warum geht das nicht? Na gut. Wenn das so ist, dann müssen wir anscheinend den ganzen Weg laufen, was sich total behindert. Ach, jetzt dürfen wir uns teleportieren. Na gut, dann teleportieren wir uns natürlich gar kein Problem. Ne? Bin ich mal gespannt. What happened? Muss ich jetzt da nach oben? Ich denke mal schon, ne? Für Doofe zeigen wir mal den... Achso. Kann ich da nicht rüber? Na gut, dann gehe ich halt die andere Treppe hoch. Kein Problem. Elika, wenn du das so möchtest, dann möchtest du das halt so. Dann bin ich jetzt mal einfach gespannt, was auf uns zukommt. Oh, hübsch. Mal schauen. Oh, eine schöne weiße Wand. Wir gehen einfach durch. Knallhart. Wartet jetzt der Boss auf uns. Was ist denn jetzt los? Hä? Wozu? Ist das jetzt? Oder ist das jetzt hier das Innere vom Tempel? Oder wollen die uns nochmal alles so ein bisschen, ne? Verdeutlichen, was total unnötig ist? Weil wir haben es ja bisher noch gar nicht eingesetzt, ne? Vielleicht ist es aber tatsächlich auch der Weg zum Tempel. Ich weiß ja nicht. Who knows? Die Entwickler wahrscheinlich. Die werden es wissen. Naja gut, dann machen wir das halt. Wenn das Spiel das möchte von uns, was soll's, ne? Dann geht's da hin. Dann fliegen wir jetzt noch eine Runde. Mal gucken, wohin? Okay, Ausweichen nicht nötig. Ausweichen wohl nötig. Runter und hoch. Ich bin mal gespannt, ob jetzt direkt der Endkampf auf uns wagt. Oder ob wir wirklich noch irgendwie, keine Ahnung, was befreien müssen. Oder ich hab, weiß es nicht. Ich lasse mich da einfach mal jetzt überraschen. Wo müssen wir hin? Erstmal hier durch. Äh, okay. Ah, alles klar. Weiter geht's zu Fuß. Und nochmal zu Fuß. Und weiter zu Fuß. Warum konnten wir nicht den... Naja, den Weg hätten wir auch fliegen können, ne? Der Elik auch schon, klar. Oder dem Ormast. Und der ist ja immer ein Schuld daran, dass wir jetzt nicht mehr fliegen, äh, geflogen sind. Sondern laufen mussten. Irgendeiner musste ja die Tage hier verteilt haben, ne? Diese komischen Schalter. Ähm. Aha. Okay, dann laufen wir halt hier ein bisschen die Wand lang. Kein Problem. Ach ja, hier wird uns einfach nochmal alles gezeigt, was wir halt nutzen konnten bisher. Super interessant. Ich verstehe den Sinn gerade nicht. Aber gut. Er wird uns offenbar. Hoffentlich jetzt. Dunkel. Zu Licht. Nichts. Die sollten Helden nicht immer genau zur rechten Zeit erscheinen. Wir haben wohl unser Stichwort verpasst. Ha. Ich vergebe dir. Dann lass uns fliegen. Lass uns frei. Es hilft nichts zu fürchten. Ich wollte nur, dass du lebst. Du nahmst mein Leben. Verdarbst alles, wofür ich lebte. Kerkerechter. Kerkerechter. Folterknecht. Du hast uns ein Ende haben. Lass uns gehen. Gemeinsam. Die Schmaut verlaschen. Frei sein. Lass mich frei. Okay, das war wohl ihre Antwort. Mann, ist klar. Alter! Hör auf, so schnell mal zuzuschlagen, Junge. Verdammt. 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 Hör auf. Hör auf, mich anzugreifen. Wenn ich dich angreifen würde, das ist voll unfair. Und uncool. Und unnett. Alter, der ist ganz schön aggressiv, der Mosche. Kein Problem. Da kriegt eine Kopfnuss und noch eine. Und weg mit dir, Junge. Wir können die so krass durch die Gegend schleudern, weißt du? Also ihn hier vor allem. Alter, jetzt hör mal auf. Ich will dich auch angreifen, Junge. Alter, der greift mich die ganze Zeit an, der Arsch. So. Schnauze. Jetzt hab ich aber mal die Faxen dicke, mein Freund. Vor allem, der kriegt dadurch immer voll Leben und so. Nee, 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 nee. Das kannst du knickeln, das kannst du knickeln, 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 knickeln. So. Er erinnert sich fast dein ganzes verkacktes Leben aus wem... Okay. Alter, deine Mutter, Junge. So. Greif mal an, damit ich wieder was sehen kann. So, das kann ich doch. So kann ich's auch. Wenn das ein bisschen langwimmer gemacht wird, ist das einfach kein Problem. Alter, du gehst mir grad ein bisschen auf die... Nerven, Junge. Alter, ohne Spaß. Ich hab irgendwie Angst, den Anlass anzugreifen, muss ich gestehen. Alter, nerv doch nicht mit deinem Scheiß rumgekonter, ey. Du hast eh keine Chance mehr auf, um mal deine Tochter zu schlagen, du Arschkeks. Ich find' blöd, dass nur die eine Kopfnussschaden macht. Macht irgendwie keinen Sinn. Oh, 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 oh. Nein, 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 das kannst du voll vergessen, Junge. Was? Kannst du richtig knickeln? Ach, das macht gar keinen Schaden, seh ich gerade, okay. Voll in durch Hand und so. So. Bam. Ja, jetzt haben wir wieder das Ding. Das macht, glaube ich, überhaupt gar keinen Schaden, kann das sein? Das ist voll doof. Also war richtig, du hast doch ein bisschen Schaden macht. Naja, minimal. So, weg mit dir, du Arsch. Ah, jetzt bist du wieder in Magic Mode, kein Problem. Bam. Öh. Der ist im Magic Mode einfach geblieben, der Arsch. Haha. So, nix da. Na, was kommt da wieder mit? Alter, was war das denn? Ist er automatisch ausgerichen? Kann sein. Ich glaube schon. Okay, da muss ich mal lieber drauf verzichten zu kontern. So, bam, diesmal hat es geklappt. Läuft. Nein, jetzt muss ich mit dem verkackten Handschuh angreifen, das wird nix. Das sehe ich schon kaum, das wird nix. Alter, das kommt doch mit dem Scheiß an. Alter, das hat er mit der Steuerung wieder verhunzt hier, der Arschkeks. So, aber kein Problem. Am Arsch, ey. Am Arsch, am Arsch, am Arsch, am Arsch, am Arsch. Alter, das Ding kann ich nicht kontern, dann kannst du krieken. Wird nix. Das ist voll komisch, weil das geht mir zu langsam. Hier. Deine Mutter. Komm schon. Hier. Nein, vergiss es, du schaffst es sowieso nicht, mich zu besiegen. Also gib am besten gleich auf. Das wäre für uns alle vom Vorteil. Lass mich schon ein bisschen näher ran. Okay, jetzt hat er wieder das Ding. Oh, das war schön. Das war auch schön. Alter, ich krieg einfach keine Vierer-Kombo gegen ihn hin. Weil mit dem letzten Schlag macht man ja nochmal ordentlich Damage. Oh, Arschloch. Was macht denn der jetzt, ey? Vergiss es, Junge. Vergiss es, Junge. Vergiss es, Junge. Was ist das? Nein, jetzt hab ich verkackt gedrückt. Oh nein. Kriegt er jetzt sein Leben wieder zurück? Ich hoffe natürlich nicht. Das wäre voll unfair, weil ich nur einmal nicht getroffen habe. Aua. Das habt ihr getan. Alter, jetzt hör doch mal auf damit. Du bist eh gleich Geschichte. Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund. Mein Freund. Wollen wir nicht Freunde sein? Ich bin Benjamin und du Blümchen. Na, wie wär's? Ich hoffe da nicht. Dann halt nicht, du Arsch. Krampere, du. Ma, jetzt blockt der wieder jeden verkackten Angriff. Okay, kein Problem. Oh, Elica. Elica, Elica, Elica. Scheiß die Wand an. Das war doof. Du schaffst das sowieso nicht. Weg mit dir, du kleiner Pisser. Das kommt doch wieder damit an. Kein Problem. Dann. Bam. Und das war's für dich. Ich hoffe, das ist dir jetzt bewusst, ja, dass du jetzt verloren hast. Gib doch einfach auf. Du hast sowieso verloren. Du hast kein Leben mehr. Weg mit dir. Du Arsch. Weg. So. Elica. Nein, Vater. Nein. Hm. Okay, was ist das jetzt? Lol. Schnell. Wir müssen diese Platte erreichen. Und WTF. Alles zur selben Zeit. Wie soll ich denn die Platte erreichen? Ähm. Ja. Interessant. Bin wieder wieder geboren. Oh, am Arsch. Ich hoffe, das Ding hält. Junge. Alter, willst du mich ver... Schnell. Das nächste Heiligtum. Am Arsch. Willst du mich verarschen, Junge? Da ist doch eine Platte. Ich muss schon mal aufpassen, was da hier macht, der Arsch. Okay. Los. Weiter geht's. Wir schaffen das. Ich will jetzt einfach hier kurz warten. Aha. Okay. Der macht also verschiedene Dinge, wenn ich das so richtig verstehe. Interessant. Interessant. Nicht wirklich. Das ist ein bisschen mehr nervig als interessant. Komm jetzt mit dem anderen Scheiß. Willst du mich jetzt verarschen? Ohne Witz. Boah, Alter. Das war knapp. Ich will weiter. So schnell wie es geht. Ich will hier weg. Los, Prinz. Einfach weiter. Wir haben keine Zeit. Ich würde hier gerne weg. Danke. Deine Fresse. Ach, halt die Fresse. Das ist aber schon wieder die Konkobine, die hier nervt, ey. Wer sonst? Los. Weiter, 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 weiter. Sie ist doch hier. Wir haben keine Zeit. Super, dann. Ich hoffe. Ach, fuck you. Ey, ohne Spaß. Willst du mich verarschen? Was ist das denn für eine behinderte Scheiße? Das regt mich gerade ein bisschen auf. Bin ich total dumm. Alter, leck mich doch am Arsch. Aber richtig fett. Was ist das denn für eine behinderte Wichse? Hä? Mich hat überhaupt nichts berührt, ey. Willst du mich verarschen? Jetzt mal ohne Witz. Mich hat überhaupt nichts berührt. Total behindert, ey. Warum, ey, nicht nur kämpfen, man? Warum muss man hier jetzt auch noch laufen? Das finde ich ja total dumm. Vor allem, woher soll ich denn wissen, wann er was macht, ey? Oh, Scheiß. Ich habe keinen Bock, hier 50.000 Mal zu probieren. Bevor ich dann weiß, was passiert. Oh, ich hoffe, an der Plattform bin ich sicher. Deswegen kletter ich jetzt direkt da drüber. Scheint sicher zu sein. Okay, weiter geht's. Alter. Hätte er mich jetzt getroffen, dann hätte ich, glaube ich, kurz einen Rage-Grid gemacht oder so. Komm, lauf weiter, Junge. Okay, die müssen wir hier befreien, alles klar. Wir versuchen unser Bestes. Das ist bestimmt noch nicht alles gewesen. Stoß das Dunkel zurück. Wir müssen weiter. Ich kann hier nicht stoßen. Oh, nein. Oh, nicht treffen, bitte. Okay. Okay, immer wenn eine Plattform ist, am besten an der Plattform direkt verstecken. Oder direkt bis zu ihr hochklettern. Da sind wir dann safe, weil die uns, glaube ich, schützt oder so. Ich weiß es nicht genau. Ich vermute es einfach mal. Also, immer wenn eine Plattform da ist, weiß ich jetzt Bescheid. So machen wir das. Schütze uns! Genauso und nicht anders wird das jetzt gemacht. Jetzt lauf bitte weiter, Prinz. Und halt dich hier nicht mit so komischen Sachen auf. Wir stehen bleiben und so. Hoch, 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 hoch. Hoch, 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 hoch. Prinz, Mann! Du Pisser, ey! Du bist so scheiße. Warum musst du sie denn unbedingt mit hochziehen? Lass sie doch verrecken. Mann, ey! Ohne Scheiß! Ich war doch schon da Mann Alles nur, weil wir auf sie warten mussten Und sie hochheben müssen, weil sie ja zu blöd ist Um alleine zu klettern, ey Jetzt mach weiter, Mann Bleib doch nicht immer stehen, du Arsch Komm, jetzt mach schneller, Mann Ohne Scheiß Die braucht immer so lange Ja, wir werden das sowieso nicht schaffen, ist klar Ich muss ja eh auf sie warten Okay Das war knapp Obwohl ich ja dachte, wir schaffen es eh nicht, weil ich auf sie warten musste wieder Mach hier, nee, jetzt, komm Und komm, schneller, Elika Warum? Ich verstehe es sowieso nicht, warum Muss ich sie denn auf dem Rücken tragen, ey Die kann fliegen, die kann sich porten, aber wir müssen sie bei den Ranken auf dem Rücken tragen Schon klar Jetzt mach hinne Geht weiter Ich kann nicht, hier ist so schwarzer Glibber an den Wänden, falls du das nicht bemerkt haben solltest So, jetzt lauf weiter So, jetzt lauf weiter Ey, dass der immer stehen bleibt, ey Es geht mir ein bisschen auf die Nerven, dass der immer stehen bleibt, der Arsch Er soll einfach direkt weiterlaufen Das wäre viel sinnvoller Als stehen bleiben So, komm Steh auf, Elika Weiter Geht nicht Ich muss, äh, hier, ne Und so Komm Schon Oh, oh Das sieht nicht gut aus Los Schnell Okay, hier sind wir in Sicherheit Hoffe ich Denke ich Meine ich Das sollte zumindest so sein Wäre voll unfair, wenn nicht So Und einfach weiter Komm schon Schneller Aber das nervt mich, dass ich die auf dem Rücken tragen muss Wie gesagt, die kann sich porten Die kann fliegen Die kann was weiß ich nicht alles machen Aber wir müssen die auf dem Rücken tragen Weil sie nicht, äh, hier auf den Rang klettern kann Oh, das wird eng Komm schon Oh mein Gott, ey Das war knapp Das war knapp Das war knapp Das war knapp Dann komm ich hin da hoch, bitte Irgendwie weiß ich das jetzt nicht Ich komm da nicht hoch, ohne Scheiß Okay, ich geh jetzt einfach weiter Scheiß was drauf Oh nee Jetzt muss ich so lange auf sie warten, ey Willst du mich verarschen? Boah Das war knapp Vielleicht muss ich das zum Schluss machen oder so Ich hoffe Irgendwie Müssen wir gleich eine Plattform Erreicht Wir haben ja die Plattform erreicht Aber hier gibt es immer noch nichts Zum Befreien Ja, ich laufe doch, Mann Was denn jetzt? Warum bin ich denn runtergefallen? Ich habe doch springen gedrückt Das soll mir mal einer erklären So Ich werde euch nicht Willst du nicht drehen gehen So, komm Ich hoffe Ich komme jetzt ein Stück weiter nach Irgendwo Ja, doch Sieht gut aus Es sieht auf jeden Fall gut aus Ich weiß nicht Mal schauen Wohl nicht Wie es gerade aussieht Okay Achso Aha Ich vermute einfach mal Jetzt geht das hier so Was auch immer Ach, wir sind im Baum drin Ach Ach, ist schön Hier ist alles dunkel Mensch Das ist super Nein Alter Jetzt habe ich den falschen Knopf gerückt Zum Glück ist das nicht so schlimm Das ist cool Dass sie das hier in Zeitlübe gemacht haben Nur wenn man nichts sieht Ist das irgendwie doof Hm Okay Warum nicht? Fliegen wir einfach rein Okay Ich drücke 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 So krass So krass Wie ich kann Ich drücke Ich drücke nicht Ich muss nämlich nicht mehr drücken Okay Jetzt bin ich gespannt Haben wir es geschafft Oder nicht? Scheint so Geschafft Elika Geschafft Elika Verzeih Nein 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Der Prinz weiß es besser. Okay, was wird mir jetzt gezeigt? Die Bäume, interessant. Aha. Vier Bäume. Okay, anscheinend bin ich noch gar nicht fertig. Aha. Okay, das ist komisch. Naja, gut. Oder ist das Spiel schon fertig und ich kann jetzt da einfach nur nochmal hingehen, um Nichtkeime zu sammeln? Ich spiele mal nochmal ganz kurz und ein bisschen gucken. Ich habe nämlich keine Ahnung, ob das Spiel jetzt vorbei ist oder nicht. Um ehrlich zu sein, kann ich da einfach nochmal in die vier Gebiete rein oder was soll das jetzt hier werden? Aha. Okay, es wird auf jeden Fall noch von dem Punkt... Achso, ja gut, hier kann ich nicht rüberspringen. Ohne Elika ist das ein bisschen schwer. Alter, der Baum ist aber nicht gerade klein, würde ich mal sagen. Ich glaube, das geht hier noch ein bisschen weiter. Mal gucken, ob es tatsächlich so ist. Warum? Och Mann, Prinz, ey. Spring doch einfach. Das finde ich gut, das finde ich ein bisschen blöd. Warum haben die dann ihre Credits schon gezeigt? Also ich finde, sowas sollte immer zum Ende des Spiels kommen, damit man auch weiß, okay, jetzt ist es vorbei. Aber wobei, manchmal gibt es ja da noch ein paar Sachen. So, was muss ich hier machen? Bam. Okay. Oh, verderben wir das jetzt hier wieder? Damit sie lebt? Oder ist das so eine Entscheidung, die man halt treffen kann, aber nicht muss? Ha. Ich bin jetzt nicht dankbar, was ich hier machen soll. Ich mache jetzt einfach die Bäume nochmal kaputt, so. Wie komme ich noch hoch? Braucht mich da auch, okay? Irgendwie, äh, nicht. Okay, dann vielleicht von hier. Schnauze jetzt mal. Aber doch nicht die ganze Zeit dazwischen. Hier, Schweinebacken. So, mal gucken, funktioniert... Okay, wenn der Prinz nicht springt, funktioniert es definitiv nicht. Okay, das weiß ich jetzt. Danke, Prinz, dass du mich an diesem Wissen hast teilhaben lassen. So. Nö. Prinz, willst du mich verarschen? Ey, ganz ehrlich, das Spiel ist ja im Grunde schon vorbei und der Prinz, der nervt mich immer noch. Das kippst du auch nicht, ey. Ah, Junge. Mach doch das, was ich von dir will. Kann doch nicht so schwer werden, so. Jetzt aber. Okay, das funktioniert, äh, irgendwie gar nicht. Interessant. Hä? Ich muss doch irgendwie da aber hochkommen. Vielleicht mal bis zum Ende laufen. Ich möchte. Vielleicht jetzt? Ah. Und jetzt hier rüber springen, naja, mal gucken. Okay, funktioniert. Ich mach jetzt die Bäume kaputt hier. Scheiß drauf, was soll's. Ich glaube, damit mach ich zwar nicht unbedingt alles wieder gut, aber... Ich glaub, damit mach ich alles schlimmer, aber... Vielleicht retten wir sie so. Ich weiß gar nicht, was wir... Warum wir das jetzt machen müssen. Wird schon ein Grund haben. Ich mach das jetzt einfach nochmal. Das gibt's jetzt als Bonus-Content. Ich denke mal, das gehört aber noch mit zum Spiel. Ja, hm, wie gesagt. Mein Fazit hab ich ja schon gegeben. Jetzt geht's ja nur weiter. Hm, mit, äh... Bäume kaputt kloppen. Also hab ich eigentlich viel mehr gar nicht mehr zum Spiel zu sagen. Muss ich, äh, gestehen. Herr Prinz. So. Und Bäumchen. Drei kaputt. Eins bleibt noch. Das machen wir jetzt auch noch schnell kaputt. Und dann mal schauen, was passiert. Obwohl, die Credits sind ja gar nicht ganz durchgelaufen, ne? Die sind ja abgebrochen. Als wir sie auf den Altar gelegt haben. Ah, die flüstern irgendwie immer die gleichen Scheiß. Mal gucken. Tut er jetzt das, was auch ihr Vater getan hat? Damit Elika lebt. Oder opfert er sich jetzt, damit sie wieder leben kann? Ich weiß es nicht. Okay. Hui. Okay, der letzte Baum. Und jetzt... Was nun? Ich bin gespannt. Aha. Ah, jetzt muss ich wieder zurücklaufen. Soll ich jetzt durch die Tür gehen, oder? Was genau will dieses Spiel von mir? Ich bin mir da nicht so sicher. Aber der Baum ist echt, äh... Das ist doch mal ein Bäumchen. Sag ich mal. Ich meine, die Landschaft sieht ja schon hübsch aus. Wie gesagt, das Cell Shading ist nicht unbedingt so meine Lieblingsgrafik-Art. Aber sie passt eigentlich sehr schön in das Spiel. Das ist aber, finde ich, sogar mit das Beste an dem... Ja, wobei, gut. Das Spiel war ja nicht schlecht. Sagen wir es mal so. Kann ich sie wieder mitnehmen? Nein. Das Spiel war ja nicht schlecht. Das nicht. Aber im Vergleich zu den anderen... Hm. Auch nicht wirklich gut. Also ich fand die anderen definitiv besser. Das ist halt meine persönliche Meinung. Die natürlich sehr objektiv oder subjektiv. Nein, objektiv ist. Objektiv, subjektiv oder weiß. Was habe ich dir angetan? Dass du mir nicht auch antattest. Aha. Sie ist tot. Auf ewig tot. Aber ich werde frei sein. Das sagt ihr. Das Licht brennt. Das Dunkel. Du brennst gleich aber mal richtig, mein Freund. Okay, wie komme ich denn da hin? Hm. Aha. 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 Dann verfangen. Dann verfangen. Ich komme da noch gar nicht rauf, oder? Wie komme ich da hin? Nein. Okay, erst mal kurz einen Plan machen. Wie komme ich denn jetzt da hoch? Eigentlich gar nicht. Wenn ich das hier so sehe, komme ich da echt nicht hoch. Okay. Ich werde wahrscheinlich auch, naja, den Weg schaffe ich niemals ohne sie. Okay. Das wird nichts. Dann gehen wir jetzt zu dem Baum. Vielleicht muss ich ein bisschen auf den Baum rumkloppen. Ah, okay. Ah, okay. Und jetzt? Achso, jetzt habe ich... Okay. Jetzt habe ich die Macht des Baumes, oder was? Oder die Essenz des Baumes und rette sie damit? Ist es das, was wir jetzt tun? Retten wir sie? Oder beginnt das Ganze wieder von vorne und so entsteht ein endloser Kreislauf. Irgendwie kann ich mich aber daran erinnern. Ich habe das Spiel aber nie durchgespielt. Vielleicht habe ich das mal irgendwo gesehen. Das kann sein. Keine Ahnung. Das wäre unmöglich. Na dann. Wollen wir die Essenz mal in sie einführen? Das hört sich irgendwie falsch an, aber genau das tun wir jetzt auch. Und dann mal schauen, ob sie wieder lebt. Ach, guck mal. Sie ist schon aufgestanden, bevor wir da waren. Habe ich genau gesehen. Warum? Was ist schon ein Sandkorn in der Wüste? Was ist schon ein Sandkorn in der Wüste? Okay. Jetzt war es das aber tatsächlich. Ja, jetzt habe ich leider nicht mehr so viel zu sagen, weil wie gesagt, das meiste habe ich schon gesagt, dass die Credits einmal gelaufen sind. Es ist, wie gesagt, für Fans auf jeden Fall ein Spiel. Das kann man sich angucken. Ja, ansonsten, so viel habe ich gar nicht mehr zu sagen. So wirklich, das, ja, wie gesagt, so das Ende. Okay, das war jetzt überraschend, dass sie gestorben ist, muss ich sagen. Hätte ich jetzt nicht so erwartet, aber wir haben sie ja gerettet. Alles jurt. Ähm, tja, wie gesagt, mehr kann ich dazu nicht sagen. Ich werde hier auch, glaube ich, nicht die Credits durchlaufen lassen, weil ich glaube, sonst werde ich geclamed. Und da habe ich keine Lust drauf. Deswegen wird hier gleich, ähm, ja, das Video auch zu Ende sein, wenn ich fertig bin mitreden. Ich bedanke mich auf jeden Fall bei euch fürs Einschalten, fürs Angucken, für das Begleiten, für das Mitfiebern oder, ja, über mich lustig machen, wie ich feile. Hoffe natürlich, ihr seid beim nächsten, beim neuen Let's Play dabei, was hier nach Anfang wird oder bei einem anderen Let's Play, was schon auf dem Kanal läuft. Bis dahin, haut rein, Leute!